Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es darum, die Akkulaufzeit beim Samsung Galaxy S10 bzw. S10e zu verbessern. Ich habe jetzt schon öfters in den Kommentaren gelesen, dass manche Nutzer vom Samsung Galaxy S10 Probleme mit der Akkulaufzeit haben, speziell mit dem Standbyverbrauch. Ich zeige euch mal einen Trick, wie es bei mir wohl so ist, dass ich ordentliche Standbyzeiten habe. Denn ich komme zum Teil über eineinhalb Tage mit meinem Akku, wenn ich das Gerät natürlich nur ein bis eineinhalb Stunden am Tag oder zwei Stunden am Tag verwende. Hierfür gehen wir in die Systemeinstellungen, gucken bei Akku und Gerätewartung, gehen hier auf den Akku und gehen unten dann auf Grenzen der Hintergrundnutzung. Hierbei ist es wichtig, dass der Regler Standby für nicht verwendete Apps, also der hier, eingeschalten ist. Diese Regler bewirkt, dass Apps, die ihr gerade nicht aktiv habt und die auch nicht aktiv sein sollen, nicht im Hintergrund aktiv sind. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Spiele auf dem Handy installiert habt und die euch, obwohl ich sie ein paar Tage nicht verwendet habe, Benachrichtigungen senden. Denn dann ist diese App im Hintergrund aktiv und verbraucht Strom. Solche Stromverbraucher, denen wollen wir den Garaus machen. Hier gibt es den Punkt Apps im Standby, Apps im tiefen Standby und Apps, die nie im Standby sind. Und hier gleich mal eine kurze Warnung. Ich würde euch zum Beispiel davon abraten, die Nachrichten bzw. WhatsApp in den tiefen Standby zu schicken. Denn dann kann es durchaus sein, dass ihr keine Benachrichtigung bekommt, wenn eine Nachricht reinkommt. Und das wollt ihr natürlich nicht. Apps im tiefen Standby sind Apps, die, wenn sie nicht offen sind, also nicht aktiv sind, wie jetzt bei mir die Systemeinstellungen, im Hintergrund ausgeschalten werden. Die werden in den Tiefschlaf versetzt und sind dann deaktiv. Sie machen einfach nichts. Und das passiert allerdings erst, wenn ihr sie eine gewisse Zeit nicht nutzt. Also wenn ihr eine App öffnet, dann kurz rausgeht und wieder reingeht, dann ist sie immer noch im Hintergrund aktiv gewesen. Aber wenn ihr die App dann beendet, indem ihr in den Taskmanager geht und sie nach oben wegschiebt und sie dann für eine gewisse Zeit nicht mehr verwendet wird, dann wird sie in den tiefen Standby versetzt. Apps im Standby, ich bin mir da nicht sicher, was jetzt der große Unterschied ist. Aber ich glaube, dass der nicht so rigoros durchgreift und längere Zeitspann hat, bis er die Apps in den Standby schickt. Gehen wir mal hier rein. Und ihr seht schon, bei mir sind ein paar 50 Apps da drin. Ihr seht schon, vom Benutzer hinzugefügt sind diese ganzen Apps, von denen ich der Meinung war, die haben im Hintergrund nicht aktiv zu sein. Zum Beispiel diese ganzen AR-Apps, Emoji-Apps, das sind alles Programme. Die sind vorinstalliert und die könnt ihr auch nicht ohne weiteres deinstallieren, weil sie irgendwelche Funktionen auf eurem Gerät erfüllen. Aber ich habe sie in den tiefen Standby geschickt, wenn ich sie nicht verwende, müssen sie auch nicht aktiv sein. Ich zeige euch auch mal kurz, wie man hier Apps hinzufügen kann. Hier oben auf das Plus. Und zum Beispiel Amazon hat nicht aktiv zu sein, wenn ich sie nicht verwende, das möchte ich nicht. Dementsprechend gehe ich auf Amazon Shopping. Ich gehe außerdem auf Heiser Online, das ist ein Newsreader. Auf Monopoly, das ist ein Spiel, Monopoly, wer kennt es nicht? Haben wir noch etwas? Na, das reicht mir erstmal. Dann gehe ich hier auf Hinzufügen und die Apps sind in der Liste hinzugefügt, die in den tiefen Standby versetzt werden. Natürlich kann man nicht einfach jede App pauschal in den Standby versetzen, in den tiefen Standby. Aber solltet ihr eine App dorthin versetzen, die eigentlich nicht dorthin gehört, würde sich die App bei euch melden. Beziehungsweise bei vielen Apps ist es auch gar nicht möglich, sie auf diese Liste der Apps, die in den tiefen Standby versetzt werden, zu setzen. Also ich kann euch nur raten, probiert es mal aus, guckt mal da drauf, drückt auf das Plus und zum Beispiel alle Spiele oder alle News-Apps, von denen ihr keine Benachrichtigung braucht, die könnt ihr auf die Liste setzen. Denn so kann eine Menge Akku im Hintergrund gespart werden. Bei Android 11 gibt es außerdem auch das Feature, dass Apps automatisch hinzugefügt werden. Ihr seht schon, automatisch hinzugefügt wurden vom System bei mir, 3D-Rechner, Alexa, diverse Spiele und Co. Das ist aber ein Feature von Android 11, das versucht Apps ausfindig zu machen, die ihr nicht nutzt oder nur selten nutzt und setzt sie auf die Liste, damit die eben nicht mehr im Hintergrund werkeln und dementsprechend Strom verbrauchen. Ich kann dementsprechend nur jedem raten, einfach mal Apps, vor allem Spiele, News-Apps oder Apps, die nicht systemrelevant sind, also eigentlich alle Apps, die man selber darauf installiert hat, die kann man in den tiefen Standby schicken und das ist unbedenklich. Wie gesagt, wenn die App das nicht will, dann meckert sie und es sind aber relativ wenige Ausnahmen. Eine Ausnahme hierfür ist zum Beispiel bei mir jetzt Apps, die nie im Standby sind, das Diktiergerät, denn da habe ich Probleme bekommen, dass ich, wenn ich aus der App raus bin oder wollte das aufnehmen, die App deaktiviert wurde. Also dementsprechend, wenn ich die App rausgewischt habe, ich habe sie geschlossen und dann wurde die App beendet und dann hat sich aber auch die App beschwert, dass sie nicht im tiefen Standby sein möchte. Deswegen ist sie hier bei mir auf der Liste von Apps, die nie im tiefen Standby sind. So, ihr habt jetzt Apps auf die Liste des tiefen Standby geschickt, aber die Akku-Probleme sind immer noch da. Da habe ich noch ein kleines Tool für euch, mit dem ihr eventuell irgendeinen Akku-Bösewicht ausfindig machen könnt. Ich habe hier nämlich eine App auf meinem Handy. Die nennt sich AccuBattery. Und die zeigt euch an, ja, alles Mögliche über den Zustand eures Akkus. Wenn ihr runter scrollt, könnt ihr euch zum Beispiel anzeigen lassen, welche Apps welchen Akkuverbrauch haben. So könnt ihr den ein oder anderen Bösewicht, oder ich sage Bösewicht, aber die App, die viel Akku verbraucht, ausfindig zu machen, um herauszufinden, wieso euer Akkuverbrauch so hoch ist. Ihr könnt aber auch auf Zustand gehen und könnt euch anzeigen lassen, welche Akkugesundheit euer Handy hat. Denn ihr seht hier bei mir, meine Akkugesundheit entspricht ungefähr 86%. Und dementsprechend ist zu erwarten, dass der Akku nicht mehr funktioniert wie bei einem neuen Handy. Ich meine, ihr kennt es sicher, je älter das Handy wird, desto schlechter wird der Akku. Und so kann man eventuell auch herausfinden, ob es sich lohnt, einfach den Akku tauschen zu lassen. Was ihr zum Beispiel bei Samsung machen könnt, oder bei diesen kleinen Reparaturläden. So, das waren jetzt auch schon meine zwei Tipps, wie man Akku-Probleme beim Galaxy S10e lösen kann. Ich hoffe, es klappt bei euch und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Video.